Der Wickerl, naja, der ist richtig vom Pech verfolgt. Da klaut er 11 Millionen Schilling aus einem Geldtransporter und macht sich damit aus dem Staub. Als er einmal, nur eine Sekunde nicht hinschaut, greift ein anderer zu und die ganze Kohle ist weg. Ach, so ein Pech aber auch. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen aus der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich weiß ja nicht warum, aber da draußen gibt es viele Fans, die das Wort Brotberuf lieben. Bitte, jetzt habe ich es gesagt, jetzt sage ich nicht mehr Hauptberuf, jetzt habe ich ins Skript extra Brotberuf reingeschnitten. Heißt das, Sie wünschen, wir spielen gern geschehen. Ich habe meinen Urlaub übrigens gut überstanden. Ich habe kübelweise Zaziki gelöffelt und mehrere Fässer Bier ausgetrunken. Außerdem habe ich meiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag gemacht und die Wahnsinnige hat ja auch gesagt. Tja, jetzt habe ich den Salat. Ganz uneigennützig habe ich das ja nicht gemacht. Das geht so. Wir in Österreich sind ganz geil auf alle möglichen Titel. Wer einen Magister vor dem Namen hat, der ist schon High Society. Wer sich selbst Professor nennt, für den wird der rote Teppich ausgerollt. Ich kenne aus meinem Beruf als Journalist Leute, die lassen sich mit Herr Präsident anreden, obwohl sie nur einmal dritter Vorsitzender im niederösterreichischen Landtag waren. Das heißt, der Vize vom Vize, sozusagen der Ersatzspieler vom Ersatzspieler in der dritten Regionalliga. Egal, der Herr war daher Präsident. Und noch eine Eigenheit gibt es, die man im Rest der Welt wahrscheinlich nicht versteht. Titel gehen automatisch auf die Ehegatten über. Gerade am Land ist das so. Da war also die Ehefrau des Herrendirektor, naja, die Frau Direktor. Und genau das warte ich mir auch. Ich selbst habe ja keinen Titel, meine zukünftige aber schon. Wenn wir also verheiratet sind, dann bin ich nach österreichischer Logik der Herr Doktor Peter. Und ich werde, in typisch österreichischer Manier, natürlich bei jeder Gelegenheit auf diese Anrede bestehen. Herr Doktor Peter, so viel Zeit muss sein. Keine Sorge, für euch ändert sich deshalb gar nichts, außer, dass ihr bitte die zahlreichen Nachrichten und euer Feedback bitte in Zukunft mit Herr Doktor in der Anrede beginnt. Alternativ kann ich auch eure durchlauchtigste Majestät akzeptieren. Ihr seht, ich bleibe natürlich völlig volksnah und am Boden der Realität. So, und bevor ich jetzt noch mehr Blödsinn rede, ich meine das übrigens alles nicht die Ernstkeit, das war jetzt eine Comedy zum Anfang, gell? Kommen wir doch lieber zum eigenen Thema. Ich nehme nämlich den feierlichen Anlass als Grund für eine eher heitere Episode aus der österreichischen Kriminalgeschichte. Heute wird niemand zerstückelt, in Müllsäcken aufgeteilt und von Kannibalen aufgefressen. Heute gibt es eine Geschichte eines echten Gentleman-Verbrechers. Ja, eines wahren Robin Hoods, der es den Großkopforten gezeigt hat. Ein kleiner Mann, der aus dem System ausbricht und nach Höherem strebt. Zumindest ist es das, was die Zeitungen behaupten. In Wahrheit ist die Geschichte vom schönen Wickerl auch ein bisserl tragisch, aber auch ziemlich lustig. Heute wird auch niemandem Gewalt angetan, also das heißt, ihr könnt auch diesmal eure Kinder mithören lassen. Ich weiß nämlich von manchen, die das bei den anderen Folgen auch machen, was ich schon ein bisschen müde finde. Ich meine, da werden wirklich Leute zerstückt. Ihr wisst, was ich meine. Heute ist alles friedlich. Willkommen bei der Geschichte vom schönen Wickerl. Der perfekte Raub Soll ich das jetzt wirklich tun? Fragt sich Wickerl. Er wischt den letzten Anflug von Zweifel weg. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt oder nie. Lange hat er die Aktion geplant. Jetzt endlich kann er seinen Plan in die Realität umsetzen. Reich wird er sein und ein gutes Leben führen. Dafür muss er nur einmal falsch mit seinem LKW abbiegen. Einfach da vorne, nicht die linke, sondern die rechte Spur benutzen. Tschüss Wickerl, Baba und auf Nimmerwiederschauen. Vielleicht würde er einmal eine Postkarte nach Hause schicken, während er am Strand einen Cocktail schlürft. Einmal rechts statt links blinken. So einfach ist das. Es ist der 3. Mai 1985 und Wickerl sitzt in einem Geldtransporter. Das ist so ein gepanzter Lieferwagen, habt ihr sicher schon mal auf der Straße gesehen. In Stahlkästen auf der Ladefläche transportiert er täglich Banknoten und Münzen von der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien im 1. Bezirk in die Filialen überall in der Stadt. Manchmal fuhr er auch die umgekehrte Route und sammelte Geld von den Filialen ein. So auch heute. Wickerl stand mit seinem Geldtransporter vor der Filiale in Wien-Leopoldstadt. Genauer gesagt in der Taborstraße. Von dort sollte er das Geld übernehmen und in die Wiblinger Straße 4 an den Hauptsitz der Bank fahren. Eine Fahrt, die ungefähr 6, naja, vielleicht 7 Minuten dauert. Es ist also wirklich nur ein ganz, ganz kurzes Stück. Doch Wickerl bog nicht links, sondern rechts ab und nahm die Route auf die andere Seite der Wiener Innenstadt. Er fuhr am Schwedenplatz vorbei und in den Auwinkel. Er wusste, er hatte jetzt nur 6, maximal 7 Minuten Zeit seinen Plan umzusetzen. Ansonsten würde auffallen, dass er mit seinem Geldtransporter nicht zur richtigen Zeit in der Zentrale war. Vielleicht würde sich die Zentrale noch 2 Minuten Zeit lassen, naja, dann hätte er eben jetzt 9 Minuten, die ihm bleiben, bis jemand bei der Zentralsparkasse merkt, dass etwas gar nicht stimmt. Das ist echt wenig für einen Millionenraub. Also fährt Wickerl über den Schwedenplatz die 4 Minuten bis zum Auwinkel. Wer sich in Wiener auskennt, weiß, das ist quasi einmal über die Brücke über den Donaukanal. Also wirklich in fast unmittelbarer Nähe und nur etwa 500 Meter Luftlinie von der Bankfiliale entfernt. Dort parkt er seinen Geldtransporter. Noch 3 Minuten. Er reißt die Tür zur Ladefläche auf, zieht zwei Plastiksackerl aus seiner Jackentasche, reißt die Behälter mit dem Bargeld auf und stopft, was immer er kann, in die Säcke. Noch eine Minute. Er schnappt sich auch noch einen Koffer mit Banknoten von der Ladefläche. Er läuft zur nahen Dominikanerbastei. Dort steht ein Taxi. Wickerl reißt die Tür auf und hechtet auf den Rücksitz. Schnell, fahren Sie mich nach Wienwering zum Wifi, sagt er zum Fahrer. Der Taxler wundert sich, warum ein Mann in der Uniform eines Geldtransporteurs mit zwei Plastiksackerln und einem Koffer voller Geldscheine so gehetzt wirkt und unbedingt an den Wieringer Gürtel gebracht werden will. Aber ein dickes Bündel Geldscheine, das ihm der Unbekannte unter die Nase hält, vermag die Neugier des Taxlers zu dämpfen. Wickerl zählt schnell während der Fahrt 300.000 Schilling in Banknoten ab und steckt sie in seine eigene Jackentasche. Um 9.45 Uhr, also eine halbe Stunde nachdem er das Geld in seinen Transporter eingeladen hat, steht Wickerl vor dem Gebäude des Wirtschaftsförderungsinstituts, dem Wifi. Für alle Nicht-Österreicher, das kennt man vor allem deshalb, weil man dort Weiterbildungskurse machen kann. Doch Wickerl, der hat andere Pläne, also er will sich jetzt nicht mit seinen beiden Geldsäcken und dem Koffer in der Hand zum Bilanzbuchhalter fortbilden lassen, obwohl das in der Nachbetrachtung wahrscheinlich gar nicht die schlechteste Idee gewesen wäre. Wickerl hat andere Pläne. Er weiß, dass mittlerweile eine Fahndung nach ihm laufen muss. Also benutzt er ein Fluchtmittel, das eher ungewöhnlich ist. Er steigt in die damalige Stadtbahn, die heutige U-Bahn-Linie 6, und fährt von der Weringer Straße zwei Stationen zur Josefstetter Straße. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Es wäre heute übrigens völlig unmöglich, die U6 mit zwei Plastiksackerln aus dem Banknotenrausschaum zu benutzen. Da wärst du deine Kohle vermutlich schon beim Einsteigen los. Spätestens in der Station in Josefstetter Straße sind beide Sackerl, dein Handy, deine Uhr und vermutlich sogar deine Schuhe weg. Wenn du Glück hast, lassen sie dich deine Unterhose anbehalten. Aber Wickerl lebt in einer anderen Zeit und vor 40 Jahren konnte man anscheinend noch völlig unbehelligt mit zwei Sackerlen voller Geld und einem eigenartigen Koffer in der U6 fahren. Wickerl nutzt die vier Minuten, die diese Fahrt in etwa dauert und beginnt grob die Summe abzuschätzen. Er meint, dass er rund 11 Millionen Schilling erbeutet hat. Das wäre nach heutigem Geld und inflationsbereinigt etwa 2 Millionen Euro. Na, nicht schlecht. Und nur ein kleiner Spoiler für später. Wickerl hat wirklich gut geschätzt. Es sind insgesamt 11,6 Millionen, die er da erbeutet hat. Wickerl verlässt die Stadtbahnstation. Er fühlt sich mittlerweile verfolgt. Ja, der Fluch der U6, da kriegt jeder früher oder später die Paranoia. Die U-Bahn-Linie ist nämlich der Beweis dafür, dass es Außerirdische gibt und sie sehr offen unter uns leben. Die U6 ist nach St. Pölten der zweitschlimmste Ort in Österreich. Ja, was rede ich auf dem Planeten. Egal. Dem Wickerl wird ein bisschen unwohl mit seinen Millionen in der Hand. Er kommt aus der Station und sieht plötzlich einen Polizisten, der in ein Funkgerät spricht. Scheiße, 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 denkt sich Wickerl. Der Kieberer hat ihn zum Glück noch nicht gesehen. Wickerl dreht um, geht auf die Straße und in eine Trafik. Nervös kauft er dort einige Packerl Zigaretten. Naja, das nötige Kleingeld, dafür hat er ja. Er schaut aus der Glastür auf die Straße. Verdammt, der Kieberer steht immer nur da. Wickerl wartet ab, bis der Polizist in die andere Richtung schaut und huscht aus der Trafik heraus. Ja, was macht der Wiener in seiner so angespannten Lage mitten auf der Flucht nach einem Raub? Natürlich, er geht zum Würstelstand. Nichts beruhigt die Nerven so sehr wie eine Käsekreiner, ein Stück Brot und ein Bier. Doch Wickerl hat keine Zeit für den typischen Wiener Snack. Die Geldsäcke und den Koffer stellt er neben dem Würstelstand ab und er selbst huscht in eine nahe Telefonzelle. Puh, erst einmal die Nerven beruhigen, durchatmen, versuchen klar zu denken. Der bestohlene Diem Wickerl steht nun also da und versucht die Situation zu erfassen. Er hat fast 11 Millionen Schilling gestohlen. Nach ihm läuft eine Fahndung. Draht draußen rennt ein Polizist herum und wartet nur, dass er Wickerl mit seinem Geld sieht. Scheiße. Was tun? Erst einmal abwarten, bis sich der Polizist verzieht. Danach musst du aus der Stadt raus, denkt sich Wickerl. Doch wie und wohin? Ich muss zu einer Autobahn, denkt sich der 23-Jährige. Er müsste sein Glück noch einmal herausfordern und die Stadtbahn bis zur Meidlinger Hauptstraße nehmen. Das sind zwar sechs Stationen, also eine relativ lange Fahrt, aber es geht nicht anders. Von dort aus könnte er eine Mitfahrgelegenheit finden. In seinen Gedanken bemerkt Wickerl nicht, dass er von der Telefonzelle aus keinen direkten Blick auf seine Geldsäcke und den Koffer hat. Blöd, wenn man ganz andere Sorgen hat. Wickerl atmet tief durch. Endlich hat sich der geschissene Kieberer verzogen. Er kommt aus der Telefonzelle, geht zum Würstelstand und bekommt den Schock seines Lebens. Die beiden Geldsäcke sind weg. Der leere Koffer liegt geöffnet da. Die gesamte Beute, elf Millionen Schilling, sind einfach verschwunden. Scheiße, 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 Scheiße. Wickerl gerät immer mehr in Panik. Er hat noch 300.000 Schilling in der Tasche. Das sind, nach heutigem Geld und inflationsbereinigt, etwa 53.000 Euro. Das ist nicht viel, wenn man das Land verlassen muss und sich anderswo ein neues Leben aufbauen will. Aber es ist auch nicht nichts. Naja, vielleicht hat der Wickerl ja noch eine Chance. Wickerl lässt den Koffer an Ort und Stelle liegen und geht zur Stadtbahnstation, steigt ein und fährt bis zur Meidlinger Hauptstraße. Na super, ein gesuchter Verbrecher mit nur einem Bruchteil der Beute. Wie konnte das alles nur so schief laufen? Egal, Wickerl muss raus aus Wien. Er steigt aus der Stadtbahn und läuft zu Fuß zur Autobahnauffahrt. Dort hält er einen Lkw-Fahrer aus Deutschland an, der den seltsamen Anhalter bis nach Pressbaum in Niederösterreich mitnimmt. Pressbaum liegt etwa 25 Kilometer außerhalb von Wien. Wickerl fragt den Lkw-Fahrer, ob er ihm einen Gefallen tun kann. Er hat zwei Briefe. Einen an seine Eltern und seine Frau und einen an seinen Anwalt. Darin erklärt er, so erzählt er es zumindest, seine Tat. Er will nicht, dass sich seine Angehörigen Sorgen machen. Im Brief an seinen Anwalt schildert er den Tathergang und sein Motiv. Wickerl hofft, dass sein Verteidiger irgendeinen Deal machen kann, während er auf der Flucht ist. Irgendwas, damit er vielleicht irgendwann nach Österreich zurückkehren kann. Der Brief war an Anwalt Dr. Michael Stern adressiert. Was der Lkw-Fahrer nicht wusste, das war der Star-Anwalt in Wien, also der Star-Anwalt schlechthin damals, und der führende Strafverteidiger Österreichs. Wie konnte sich einer wie dieser Wickerl diesen Verteidiger leisten? Der war schließlich, naja, eher für die reiche Wiener Unterwelt tätig. Nicht so ein kleines Licht wie den erst 23-jährigen Wickerl. Naja, egal, das wusste der Lkw-Fahrer natürlich nicht und versprach Wickerl, dass er die Briefe aufgeben würde, sobald er einmal in der Nähe eines Postamtes war. Wickerl ist erleichtert. In Pressbaum kauft er sich schnell eine Kleinigkeit zu essen und ein Haarferbemittel. Auf einem Tankstellenklo färbt er sich die dunkelbraunen Haare blond, ganz wie in einem typischen Gangsterfilm. Der nun wasserstoffblonde Wickerl muss sich verstecken. Er marschiert durch das platte Land Niederösterreichs, einfach querfeldein durch die Wälder. Irgendwann findet er einen Hochstand, auf dem er die Nacht verbringt. Am zweiten Tag findet Wickerl eine alte Hütte im Wald, wo er sich in den kommenden drei Tagen verstecken wird. Doch es ist kalt. Wickerl ist hungrig und er friert. Ja, wo soll er bloß hin? Am vierten Tag fasst er einen Entschluss. Er wird nach Wien zurückkehren, in seine Heimat. Er wird sich stellen. Wickerl fährt nach Hause. Die Ermittlungen In Wien hat mittlerweile das Sicherheitsbüro die Ermittlungen übernommen. Überall werden Fotos von Wickerl veröffentlicht. Wickerl heißt eigentlich Viktor Runer. In Wien ist man deshalb der Wickerl, wenn man Viktor heißt. Er ist 23 Jahre alt und ein gut aussehender, stämmiger junger Mann, der bei den jungen Damen Wiens bestens ankommt. Weshalb er in der Presse bald auch nur noch der schöne Wickerl genannt wird. Die wilden Zeiten des schönen Wickerl sind aber vorbei, denn der junge Mann war frisch verheiratet. Er hatte einen fixen Job als Fahrer eines Geldtransporters. Dafür verdiente er zwar nicht die Welt, aber sein Einkommen reichte locker für ihn und seine Frau zum Leben aus. Ja, das waren die Achtziger, wo man von einem Gehalt noch bequem leben konnte. Erzählt das jungen Pan heute einmal. Die Frage ist jetzt, warum sollte so einer einen Geldtransporter stehlen und damit abhauen? Also mit dem Geld abhauen. Was würde aus seiner Frau werden? Diese Frage stellten sich die Ermittler relativ früh. Doch den Wickerl, den konnten sie anfangs gar nicht fragen. Der war ja wie vom Erdboden verschluckt. Auch Augenzeugen der Tat gab es so gut wie nicht, obwohl die Zeitungen voll mit seinen Bildern waren. Wickerl hatte auf seiner Flucht kaum Spuren hinterlassen. Ganz eigenartig. Er hat immerhin einen Geldtransporter ausgeräumt, mitten in der Stadt, mitten in Wien. Und ist dann auch noch quer durch die Stadt, kreuz und quer mit einem Taxi, mit der Straßenbahn, mit der Stadtbahn gefahren. Und keiner hat etwas gesehen. Ja, komm, das ist schon sehr komisch. Doch Wickerl war ja nach einigen Tagen nach Wien zurückgekehrt. Und da erscheint er dann doch auf der Sicherheitswache bei der Polizei mit den Worten Ewa Deppert. So stellt er sich den Polizisten vor. Hach, und es gibt doch nichts österreichischeres, als ein Verbrecher, der zu einem kommt und sagt Hey erst, Ewa Deppert. Ich finde das ganz großartig. Wickerl war zu diesem Zeitpunkt schon ein Star. Und in der Presse mittlerweile sowas wie der Robin Hood. Ein Gentleman Gangster, der seinen Großen, noch dazu einer unsympathischen Bank gezeigt hat. Ein Outlaw, der sich nichts gefallen lässt. Und überhaupt. So ein Diebstahl an einer Bank, das ist ja eigentlich ein Verbrechen ohne Opfer. So oder so ähnlich stand es damals in allen Zeitungen. Der Wickerl, der war eine Kultfigur. Jetzt saß er auf der Sicherheitswache mit seinen wasserstoffblonden Haaren und erzielte den Ermittlern genau die Geschichte der Flucht, wie ich sie euch in den letzten paar Minuten geschildert habe. Wickerl berichtet von seiner Fahrt in der Wiener Innenstadt, der Taxifahrt zum Wifi, der Stadtbahn und dem bedauerlichen Verlust des Geldes, als Wickerl in der Telefonzelle stand und sich vor dem Polizisten versteckte. Seine Flucht nach Pressbaum schildert er und sein Untertauchen in Wien. Tja, da gibt es nur ein Problem. Die Geschichte stimmt so hinten und vorne nicht. Die Ermittler haben nämlich einige Fragen, die komischerweise unbeantwortet blieben. So blieb offen, warum Wickerl überhaupt alleine einen Geldtransporter lenken konnte. Das sollte doch eigentlich von zwei Personen gemacht werden. War also der Beifahrer möglicherweise schon ein Komplize? Keine Antwort. Die Polizisten erstellen ein Zeitwegdiagramm und da stimmen einige Angaben überhaupt nicht. Wickerl gab an, dass er innerhalb von drei Minuten von der Taborstraße zum Auwinkel gefahren ist. Das konnte sogar noch irgendwie stimmen, wenn der Verkehr nicht so dicht ist. Danach hat Wickerl das Geld in die Plastiksackerl gesteckt und ist mitsamt dem Koffer voller Geld zu Fuß zur Dominikaner-Bastei gelaufen, wo er ein Taxi genommen hat. Na gut, das geht sich zeitlich auch noch irgendwie aus. Komisch. Der Taxifahrer konnte aber nie ermittelt werden. Vielleicht war er wirklich durch eine großzügige Bestechungssumme so schweigsam geworden. Da das Taxigewerbe in Wien aber unglaublich streng reglementiert ist und die Zentrale eigentlich immer weiß, wer wann wo unterwegs ist, ist es schon sehr ungewöhnlich, dass die Ermittler nie an den Fahrer gekommen sind. Der Verdacht der Ermittler, den Taxilenker hat es nie gegeben. Stattdessen hat sich Wickerl von einem Komplizen helfen lassen. Natürlich glauben die Polizisten auch die Geschichte mit der Telefonzelle und den gestohlenen Millionen nicht. Wer bitte wäre denn so deppert, das Geld einfach offen neben einen Würstelstand in der Josefstädter Straße zu stellen, während man selber in einer Telefonzelle steht und darauf wartet, dass sich ein Polizist verzieht. So butchert kann doch niemand sein. Doch die Nachfragen der Ermittler gestalten sich schwierig. Denn der Wickerl, der ist nicht alleine gekommen, sondern der hat nicht einen, sondern gleich zwei Staranwälte zu seinem Verhör mitgebracht. Da wäre zum einen Dr. Michael Stern, der unter den Ermittlern sowieso gefürchtet war, weil er jede Kleinigkeit vor Gericht zerlegte und auf jede Lücke in der Ermittlung hinwies. Und dann war da noch ein ebenso geschickter Verteidiger namens Peter Philipp. Wie konnte sich so einer wie der Wickerl zwei solche Stars ihres Fachs leisten? Tja, eine der vielen Fragen, die unbeantwortet blieben. Genauso wie die Fragen nach möglichen Komplizen und dem tatsächlichen Tathergang. Auch die Geschichte, dass Wickerl mit einem deutschen Lkw-Fahrer nach Pressbaum geflohen sein soll, dürfte überhaupt nicht stimmen. Zumindest sind die beiden angeblichen Briefe an seine Eltern und seine Frau bzw. an seinen Anwalt nie aufgetaucht. Die Polizisten haben eine Vermutung, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Die Variante der Polizei geht in etwa so. Wickerl flieht mit dem Geld, mit einem unbekannten Komplizen in Richtung Josef-Stetter-Straße. Dort geht er in eine Telefonzelle und ruft einen weiteren Helfer an, der das Geld abholt. Wickerl wird behaupten, das Geld sei ihm gestohlen worden. Im Buch Verbrechen von Wien von Harald Seierl, also dem Chef des Kriminalmuseums, und der Ermittlerlegende Max Edelbacher wird sogar erwähnt, dass möglicherweise Anwalt Michael Stern einer der Komplizen gewesen sein könnte. Jedenfalls wird darin der Verdacht geäußert, Stern könnte sich darum gekümmert haben, dass die Beute von 10,6 Millionen Schilling ins Ausland gebracht wird, damit die österreichischen Behörden keinen Zugriff mehr auf das Geld haben. Doch wer ist der unbekannte Fluchthelfer? Nun, diese Rolle dürfte Wickerls Vater übernommen haben. Der war nämlich selbst wegen Raub und Diebstahl mehrfach vorbestraft und kannte sich mit der Materie und in der Wiener Unterwelt allerbestens aus. Es ist also gut möglich, dass der Herr Papa den Wickerl zu dem Diebstahl angestiftet hat. Wickerl blieb trotz aller Ungereimtheiten bei seiner Version der Geschichte des bestohlenen Diebes, so wie ich sie euch geschildert habe. Das Ganze wirkte so, als wäre alles im Vorfeld bis ins kleinste Detail abgesprochen gewesen und alle Beteiligten hielten sich an die Erzählung. Naja, es kommt wie es kommen musste. Der Wickerl wird wegen des Diebstahls zu achteinhalb Jahren verurteilt, was ich nebenbei bemerkt für eine extrem hohe Strafe finde. Da hatten wir Mörder, die mit geringeren Haftstrafen davongekommen sind. Wickerl wird im November 1993 aus der Haft entlassen. Er hat also fast die gesamte Strafe tatsächlich im Gefängnis abgesessen. Wie gesagt, da gibt es Mörder, die mit deutlich weniger davonkommen. Wickerl heute Damit endet die Geschichte vom Wickerl aber noch lange nicht. Denn nach seiner Entlassung aus der Haft verschwindet er vom Radar der österreichischen Behörden. Die sind an seinem Fall immer noch interessiert. Schließlich gilt es als ausgeschlossen, dass Wickerl alleine gehandelt hat. Wickerl hat die fast neun Jahre, die er im Gefängnis verbracht hat, aber geschwiegen. Aber auch eine Versicherungsgesellschaft möchte sich unbedingt mit dem nun 32-Jährigen unterhalten. Die Versicherung musste nämlich für die Verschwundenen 10,6 Millionen Schilling aufkommen und würde sich natürlich gerne am Rest des Geldes von Wickerl bedienen. Doch Wickerl verschwindet spurlos. Er ist einfach weg. Tja, einer der größten Diebstähle Österreichs bleibt ungeklärt. Der Täter für immer verschwunden. Naja, bis am 11.03.2001 eine Meldung über die APA in die Newsrooms des Landes reintickert. Ein Redakteur des Nachrichtenmagazins Profil hat den Millionentieb Victor Runa in Brasilien aufgespürt. Wickerl ist nach seiner Haft nach Brasilien verschwunden, genauer gesagt ins malerische Salvador an der Allerheiligenbucht. Und wenn ihr diese Stadt jetzt googelt, es sieht wirklich traumhaft aus. Gegenüber dem Profil erzählt Wickerl, wie es wirklich war und er brach sein Schweigen. Nein, natürlich ist ihm das Geld damals nicht beim Mürstelstand in der Josefstetterstraße gestohlen worden. Er hat es tatsächlich an einen Komplizen übergeben, der das Geld in der Wiener Unterwelt parkte. Gestellt hat sich der Wickerl nur, weil ihm seine Anwälte eine geringere Strafe versprochen hatten. Der Deal, er geht ein paar Jahre in den Häfen, danach kann er sein Geld nehmen und abhauen. Leider hat Wickerl während der Haft sehr viel von der Beute für seine Anwälte und seinen Drogenkonsum ausgegeben und auch die Strafe fiel viel länger aus als gedacht. Wickerl hat nach eigenen Angaben mit maximal 5 Jahren gerechnet und nicht mit fast 9. Was von dem Geld übrig blieb, das hat er nach seiner Entlassung in Südamerika verprasst. Danach wurde er in Salvador in Brasilien Edelsteinhändler und Geldwechsler. Na damit kennt er sich ja immerhin aus. Victor Runa wurde immer wieder mit dem legendären britischen Posträuber Ronnie Biggs verglichen. Biggs hatte in den 60er Jahren einen spektakulären Raubüberfall auf einen Postzug verübt und dabei mit seinen Komplizen 2,6 Millionen Pfund, also nach heutigem Geld etwa 70 Millionen Euro, in 120 Geldsäcken erbeutet. Biggs wurde gefasst, konnte aber aus dem Gefängnis fliehen und hat sich wie unser Wickerl nach Brasilien abgesetzt, wo er 30 Jahre lang lebte. 2011 kehrte Biggs aus gesundheitlichen Gründen nach England zurück, wo er erneut inhaftiert wurde. Biggs wurde im Alter von 80 Jahren begnadigt. Er starb vier Jahre später. Ob unser Wickerl heute noch lebt, konnte ich leider nicht herausfinden. Wickerl wäre heute 62 Jahre alt. Wie auch immer, Wickerl, ich hoffe es geht dir gut. Liebe Grüße aus Österreich, du Legende. Und wenn ihr mehr über Anwalt Michael Stern wissen wollt, dem habe ich in Episode 26 über Adrien Eckert und den Schokoladenkönig schon einmal einen Klugschiss gewidmet. Hört da gerne nochmal rein. Klugschiss zum Schluss. Geldtransporte. Wie gesagt, konnte ich nicht klären, warum unser Wickerl in dieser Episode alleine mit dem Geldtransporter unterwegs war. Ja, eines kann ich aber mit Sicherheit sagen, heutzutage läuft das alles ein wenig professioneller ab. Auch da Menschen wie Wickerl, die ein wenig die Probleme im Konzept aufgezeigt haben. Überall auf der Welt nimmt die Bedeutung von Geldtransportern ab, weil die Popularität von Bargeld schwindet. Ich selbst zahle, wo es geht, digital, weil es einfach bequemer ist. Mein Smartphone oder meine Uhr habe ich immer dabei. Bargeld so gut wie nie. Da bin ich in Österreich aber ziemlich alleine. Denn Herr und Frau Österreicher ist nichts so heilig wie bunt bedruckte Papierfetzen. Das geht sogar so weit, dass ein gewisser Bundeskanzler vor gar nicht allzu langer Zeit das Recht auf Bargeld in die Verfassung schreiben wollte. Ein überaus dummes Vorhaben, weil das schon mehr oder weniger drinnen steht, wie ihm diverse Experten, also Leute, die sich mit der Materie auskennen, dann erzählt haben. Damit war das Thema Bargeld in der Verfassung auch schnell wieder gestorben. Bargeldtransporter der Nationalbank werden heute vom Innenministerium geschützt, also von der Polizei. Genauer gesagt meistens vom Einsatzkommando Kobra. Das ist sowas wie die Elite-Truppe der Polizei und gleichzeitig auch die Antiterroreinheit. Aber auch die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, die Einsatzeinheit Vega sowie das Stadtpolizeikommando Schwächert dürfen Werttransporte schützen. Transportiert wird das Geld von der Nationalbank in eigenen Fahrzeugen. Das jüngste von ihnen trägt den Namen Mamba. Irgendwer in Österreich hat offensichtlich eine sehr eigenartige Vorliebe für Schlangen. Nicht mein Kink, aber gut. Im Durchschnitt werden jährlich 70 Fahrten von Wien aus in die Bundesländer durchgeführt. Dabei legen die Geldtransporte knapp 47.000 Kilometer pro Jahr zurück. Einen Zwischenfall gab es in den vergangenen 50 Jahren nicht. Übrigens werden auch Slowenien und die Slowakei mit Bargeld durch die österreichische Nationalbank versorgt. Natürlich gibt es auch private Unternehmen, die Geld oder andere Wertgegenstände transportieren. Ihr kennt sicher die offiziellen Fahrzeuge von UPS und wie sie alle heißen. Die sind meist gepanzert und die Fahrer sind auch oft bewaffnet. Ein bisschen cleverer finde ich ja die verdeckten Werttransporte. Die werden von eigens ausgebildeten Sicherheitskurieren in Zivilkleidung in zivilen Fahrzeugen durchgeführt. Das hat natürlich den Vorteil, dass für Außenstädte nicht sofort klar ist, dass es sich um einen Geldtransport handelt. Überfälle auf Geldtransporte in Österreich sind übrigens deutlich häufiger, als man meinen möchte. Im April 2023 kam es zu einem Überfall auf die Mitarbeiter einer Transportfirma in Wien Favoriten. Na klar, wo sonst? Der Täter schoss dabei zweimal auf das Personal, während die damit beschäftigt waren, Geldkassetten bei einem Bankomaten in der Troststraße zu tauschen. Der Täter konnte die Geldkassette stehlen und mit einem Fluchtfahrzeug, einem E-Scooter, flüchten. Auf der Flucht habe der Täter dann auch noch einen Passanten mit einer Waffe bedroht. Der Gesuchte soll 30 bis 40 Jahre alt sein, 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und mit einem Mund-Nasen-Schutz maskiert gewesen sein. Außerdem trug er eine rosa Pudelhaube und er sprach in einem ausgedehnten Wiener Dialekt. Also nur, falls ihr so einen Mal gesehen habt, ich schätze mal, diese Beschreibung trifft auf die Hälfte aller Wiener zu. Auch 2021 kam es in Favoriten zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. Drei Männer mit Sturmhauben konnten zwei Geldkoffer erbeuten. 2019 überfiel ein Trio einen Transporter in Linz und erbeutete 2,1 Millionen Euro. Die Täter wurden gefasst. Das Geld ist bis heute verschwunden. Ja, und das war sie, die 71. Episode von Mörderisches Österreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute keinen Mord gab. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bitte, bitte, bitte darum, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Anne-Marie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia, Nicole, Eva, Elisabeth, Michaela, Sabina, Richard, Susanne, Natascha, Nicole, Anita, Jimmy, Diana, Bettina, Robert, Marcel und Gerald, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der Gerichtsverhandlung. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist und ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me.moe.podcast eine kleine Spende zukommen lassen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem könnt ihr mir natürlich auch auf die Mailadresse schreiben, die lautet mösterreichpodcast at gmail.com. Auf YouTube gibt es diesen Podcast auch, da könnt ihr ihn dann anschauen, obwohl es nicht allzu viel zu sehen gibt. Ich weiß nicht, das Konzept von YouTube und Podcast verstehe ich noch nicht ganz, aber es funktioniert. Dafür habe ich aber endlich die Funktion gefunden, wie ich auf eure Kommentare auf Spotify antworte. Es hat ja nur zwei Jahre gedauert, ich bin wirklich stolz auf mich. Und wenn ihr einmal von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf Ruhrsee funktioniert und ich stelle meist dumme, unpassende oder wirklich völlig danebene Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall wo es Podcasts gibt. In der aktuellen Episode unterhalten wir uns übrigens über die dümmsten Schiffsnamen der Welt. Und es geht auch darum, warum das Schiff von der lieben Uli beinahe Gleitmittel geheißen hätte. Hihi, genau mein Humor. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in zwei Wochen, überall wo ihr die geilsten Podcasts herkriegt. Am einfachsten, ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich. Und dort könnt ihr euch auch euren Lieblingspodcast, Podcast, Podcast, Dienst, Podcasten, so schwierig. Dort könnt ihr euch euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. Und außerdem habe ich es geschafft, mir ein Instagram-Konto zuzulegen. Dort findet ihr hauptsächlich Katzenfotos. Warum? Weil Katzenfotos im Internet. Hallo, ich meine, deswegen seid ihr doch da. Gebt es doch zu. So, jetzt stolper ich schon da genug durch diese Abmoderation. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bussi Baba. Und lasst euch nicht beim Geldtransporter ausrauben erwischen. Zuhören. Zuhören. Vielen Dank.